Hallo, mein Name ist Sascha Dechert, ich bin Produktmanager für Lichtsysteme bei Sigma Sport und heute stelle ich die BASTA 600 HL vor. Die LED-Helmleuchte aus der BASTA-Serie besticht mit 600 Lumen Lichtleistung, 100 Meter Leuchtweite und der integrierten Micro-USB-Nachladefähigkeit. Die Powerleuchte ist nach maximal vier Stunden voll aufgeladen. Das praktisch solide Design mit dem markanten Kühlrippen und dem großen Aluminiumkühlkörper sorgt für ein perfektes Thermomanagement. Die BASTA 600 HL verfügt über sechs Leuchtmodi, ideal für jede Situation. Drei permanente Modi, Power, Standard und Eco-Modus und drei blinkende Flash, Fast Flash und SOS. Je nach Leuchtmodus variiert die Brenndauer zwischen 2 und 13 Stunden. Der integrierte zweistufige Batterieindikator gibt Rückschlüsse über die aktuelle Kapazität sowie den Ladevorgang. Durch den Klickschalter lässt sich die BASTA mit einem Doppelklick anschalten und durch gedrückt halten ausschalten. Die neu entwickelte Silikonhalterung passt auf jeden Helm. Die Halterung lässt sich darüber hinaus um 360 Grad drehen und somit flexibel und individuell einstellen. Die BASTA 600 HL ist spritzwassergeschützt und mit 143 Gramm ein echtes Leichtgewicht. Wir von Sigma Sport wünschen mit der neuen BASTA 600 HL eine gute und sichere Fahrt.